Herzlich Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Skyward Sword und weiter geht's im Part 13. So, wir sind wieder im Wolkenort, haben kurz den Schild geupdatet. Ah, nein, falsch. Den Schild. Ah. Äh, nee, nichts. So, und wir können auch gleich wieder runter. Oder? Ne, wir wollten ja noch rein, oder? Oder? Ja, man kann, aber... Ich werde erstmal die einzelnen Inseln, also, beziehungsweise diese zwei Inseln hier, besuchen. Nämlich, genau, Moment, die hier. So, wo bist du? Ah, da. Da ist sie ja schon. Denn da ist ein Schatz, den man sich eigentlich holen sollte, weil da... Ähm, ja, weil da zumeist gute Items drin sind, aber auch schön viel Kohle, was halt für den Spielverlauf sehr nützlich sein kann. Tata-tata-tata-tam, tan-tam. Sehr gut. Und... Los. Genau. So. Jo, rutsch mal ein bisschen runter. Sehr gut. Dankeschön. Zum Beispiel, die Abenteuertasche. So, jetzt habe ich halt noch einen weiteren Platz mehr. Zum Beispiel für eine Flasche. Dann gehe ich jetzt mal hier rein. Gucken wir mal, was hier drin ist. Vielleicht ist was Nüssiges drin, vielleicht auch nicht. Aber normal ist in jeder Insel irgendwas Nüssiges. Oben auf dem... Ähm, ja. Äh, Kerzenleuchter... Lampen. Einfach Lampen. Das ist ein Herzteil. Kann man hier ein bisschen labern? Da ist was zu besprechen. Kürbisbar. Aha. Nein, danke. Au. Nee, nee. Ähm, hm. Ich würde mal sagen, wir werden diesen... Oha, das machst du denn hier. Kronleuchter mal zum Umkippen bringen. Genau, hier. Bäm. Sehr gut. Ja, das habe ich auch vor. Diese Rubine lasse ich nicht da unten liegen. Das kannst du mir glauben. Warte. Hier. Noch einer. Und natürlich das Herzteil zu guter Letzt. Juhu. Das war es doch wert. Also bitte. Oh. Ja, mein Gott. Okay. Oh, nee. Ja, muss ich wohl machen. Ey, was willst du eigentlich? Jetzt muss ich meine... Erstmal anlegen. Ja, anlegen. Und... Ach. Wundertrank. Jetzt muss ich den aussüffeln. Korrekt. Ähm, so. Kürbissuppe. Ja, ich mach ja. Jetzt muss ich diesen Schwertmeister meine Besuch verbringen, ey. Um meine tollen Schulden zu begleichen. Okay. So. Heißt, wieder zurück zum Wolkenhort. Der, wo ist? Äh, da. Hier ein bisschen wedeln. Sehr gut. Uh, ein bisschen flattern hier. Schallt ja auch nicht. Und dann hoch zum Wolkenhort. Oh, Mann. Das Fliegen ist sehr nervig. Jetzt lass uns mal hier raus. Ja. Ganz genau da. Okay, nicht genau da, aber... Passt schon. So, du Spacko. Ich soll dir hier ein Stück Crab übergeben. Oh, ja. Oh, ja. Ja, schluck mal dein Zeug. Mach ich. Später. Irgendwann. Ah, so. Jetzt hab ich meine Schuld zum Teil beglichen. Und jetzt geht's zur letzten Insel, die da noch einen Schatz hat. Dann. Dann geht's wieder zurück zur Erde. Oh, ja. Los. Ein bisschen pfeifen. So, jetzt gib mir die Map. Und dann kann ich auch weiter. So, das kann ich wegmachen. Und dann zu dir. Wo bist du? Da. Sehr gut. Und von da aus fähle ich dann direkt zur Erde runter. Und dann geht's weiter im Tempel. Juhu. Und weiter. Und weiter. Sehr gut. Tadam, patram. Entschuldigung. So. Und ab mit dir. Andere Seite. Komm. Ja. Aha. Ein Herzteil. Wenn das nicht lohnenswert war. So. Weg mit dir. Warte. So. Gut. Mach hey. So. Und. Endlich wieder zurück zur Erde. Sehr gut. Wir sind direkt beim Loch. Und das ist auch nicht so tragisch. Komm. Geh mir die Flutter anziehen. Sehr gut. Sehr gut. Und sehr gut. Yay. Ich würde gerne mal da hin. Ja. Sehr gerne. Und da bin ich wieder. Korrekt. Korrekt. So. Bitte. Ja. Aha. Dann können wir erst mal hier machen. Und dann. Ey. Aha. Glibber. Sehr gut. Und jetzt. Ein Secret. Secret. Man kann diese Vögel nämlich auch einfangen. Genau. So. Ne. Fail. Passiert ja. Aber auch mal so. Ähm. Ach. Was war das nochmal hier? Ähm. Hier. Dieses Schild sagt es mir das. Der Himmel. Ach ja. Ist ja logisch. Erstmal Steinschleuder. Aha. Bam. So. Jetzt ist die Tür off. Uuuuh. Ja. Macht keine Tragödie draus. Geh einfach rein. Ja. Ordentlich. Geht auch ohne Szene, mein Freund. Es geht auch ohne. So. Wenn jetzt mal hier ein bisschen Gespräch reinkommt. Oh. Tempel des Himmels. Blicks. Okay. So. Hier mache ich mal Schluss. Bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut weiter auf unseren Channel. Beobachtet alle Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschau. Tschau. Vielen Dank.